Ich mag nicht so gern das Wort Grenze oder Grenze oder Grenzüberschreitung, aber eine bestimmte Art von der Bewegung zwischen zwei Orten, das war für mich immer wichtig gewesen. Und das kann eine Reise sein, man reist von einem Land zum anderen, und es kann auch zwischen zwei Sprachen sein. Wenn man zwischen zwei Sprachen wechselt, dann betrachtet man die Sprache als solche, Sprache an sich. Und dann fällt auch Japanisch zum Beispiel, Japanisch ist ja meine Muttersprache. Also als ich in Japan gelebt habe, habe ich nicht so viel über die japanische Sprache gedacht, weil das war die einzige Sprache für mich. Und dann ist man in der Sprache, man kann nicht über die Sprache denken. Aber dann habe ich Deutsch gelernt und dann, ich befinde mich in der deutschen Sprache und dann, Japanisch ist auf einmal außerhalb von mir. Und ich kann über die japanische Sprache nachdenken, die Besonderheiten oder die interessante Seiten, komische Seiten und all das ist so lebendig für mich wie ein Tier. Und die Tiere sind auch ein wichtiges Thema, weil das ist dann die Grenze, wo ist die Grenze zwischen Menschen und Tiere, wie können wir die überschreiten, können wir auch so denken wie Eisbär oder ein Hund. Und manchmal haben wir das Gefühl, es gibt keine Grenze. Und manchmal denken wir wieder, die sind ganz anders, fremd. Und das Spiel zwischen der Fremdheit und dann auch wieder sich hineinführen oder die Grenze zu überschreiten, das war immer mein Thema gewesen, glaube ich. Sei es zwischen zwei Sprachen, sei es zwei Kulturen, sei es zwei Lebewesen. Ich war ein Kind in Tokio und ich wusste nicht, dass Tokio ist eine große Stadt. Ich war, wie kann ich sagen, dass ich, wie ich sagen kann, ich fühle mich sehr, um, in einem kleinen Welt zu leben, weil alle Kinder sprechen nur japanisch, sie sind alle japanisch. und es ist normal für japanisch, aber es ist normal für heute, in Berlin, für zum Beispiel, es ist ein Mixed-Society. Aber als ich als Kind war, ich dachte, dass alle Menschen in der Welt nur japanisch gesprochen haben. Ich habe keine anderen Sprachen gehört. Ich war sehr, dass meine Kinder sehr interessiert haben. Als ich 2 Jahre alt war, meine Mutter hat mir eine Art von 2. Ich war 2 Jahre alt, also wie meine Mutter hat mir keine Arzt. Aber dort hat mir immer eine Art vonnen�� versammelt. Ich habe vielleicht eine kleine Freunde, die ich mir nicht gerne von 2. Ich fand, dass ich die Bonen, wie meine Eltern hat meinen Namen, oder auch die Birkein-Dunnen-Gekaterin, so mein Mutter hat mir gedacht. Das war mir sehr, denn ich habe meineAccenträgen, dass ich als drückte einen deutschen Triff gewachsen hatte. Ich habe mir die Optionen zu mir macht, und dass es mir immer wieder herausgefallen, und ich habe meine Kinder im Triff wenden, dass es mir als Beispiel eine von Gründer Kleider gefuckt. und mein vater war buchhändler das heißt der hat damals als ich ganz klein war hat er für eine firma gearbeitet die amerikanische taschenbücher importiert und aber später hat er sich dann selbstständig gemacht und die elbe book store er importierte fachbücher aus deutschland und ich war sehr vertraut mit den büchern und damals nicht nur damals die wohnungen in tokyo sind sehr klein und man kann nicht ganz viele bücher kaufen aber zum glück gab es eine kinder bibliothek in der nachbarschaft und ich war jeden tag dort und als kind habe ich sogar jeden tag ein buch gelesen und ich muss auch sagen dass damals mein lehrer waren alle linke und meine eltern auch und für diese linke leute war die russische literatur oder die russische sprache auch sehr wichtig und naja deutsch auch aber deutsch war ja nur zur hälfte linke at first and i went went to germany when i was 22 years old and it was hamburg and because my father imported imported books from the company that was in hamburg and i worked for that company my first years in germany and the hamburg was not my personal choice aber das war doch eine gute wahl nach hamburg zu gehen weil damals die universität hamburg war sehr frei im vergleich zu anderen besseren universitäten vielleicht tübingen oder freiburg in hamburg war sehr da waren drei professorinnen und sie haben postmoderne richtungen der literaturwissenschaft getrieben und auch feminismus war sehr wichtig und auch umgang mit dem ausländern also fremdheit was heißt was bedeutet fremdheit für die literatur für die kultur das war ein großes thema in hamburg und das war eine sehr freie universität und ich bin nach hinein bin ich ja sehr froh dass ich in hamburg gelandet bin in der first years in germany it was very foreign to me to pronounce german wars so i suddenly felt my tongue and mouth and so you cannot just speak like the mother tongue but you you must handle with your parts of the body and also the my tongue became foreign to me und außerdem ich glaube das ist nicht nur ob man wie gut man eine sprache kann oder nicht das ist natürlich auch wichtig aber nicht nur das sondern ob man in dieser sprache unbedingt etwas schreiben möchte und weil ich in deutschland gelebt habe oder angefangen habe zu leben wollte ich bestimmte dinge unbedingt auf deutsch schreiben das war ein wollen die frage des wollens als können deutschland gelebt habe ich in 1988年に最初のドイツ語の短編小説を書いたのでドイツに ついてから6年目かなに書きました2カ国語でずっと並行して書き続けるっていうのは結構非常に大変なことで 例えばナボコーフみたいにね最初ロシア語で書いてて次英語に変わったそしたらもうロシア語は書かないというこういう作家はたくさんいるんですけど2カ国語でずっと書き続けるっていうのはすごく大変なことでね というのは日本語で一生懸命例えば小説私は日本語の方がたくさん書いているんですけど ドイツにも30年以上住んでますけど でも日本語で一生懸命小説書いているとやっぱりそのドイツ語をたとえ1週間の間でも忘れていくんですよね忘れるっていうよりはね日本語だったらこういうふうに言うっていう言い回しが無意識にどんどん出てきますよね日本語を書いているとその理論っていうのは違うんですよドイツ語とそうするとそのドイツ語のこの文章の流れっていうのが思い出せなくな それ理屈じゃないくてもっと感覚的総合的なものなんで思い出せなくなるんで一度自分のドイツ語をちょっと壊さなきゃならなくなる でドイツ語戻るとまたゼロから出発という感じですごくねがっかりするんですけどでも私はわざとそれをやってるんですね そうすることによって一つの言語に馴染んでしまわない何かを当たり前だと思ってしまわないような常にゼロから始めるというのがやっぱり文学だと思うので こうわざとね両方の言葉で書いてるんですよね Das nackte Auge heißt ein Buch von mir und bis dahin habe ich entweder auf Deutsch oder auf Japanisch geschrieben und nie übersetzt also meine japanischen Bücher sind ganz anders als meine deutschen Bücher aber dann dachte ich, ich möchte in beiden Sprachen gleichzeitig ein Buch schreiben und so habe ich dann fünf Zeilen oder fünf Sätze auf Deutsch geschrieben und das ist japanisch übersetzt und auf japanisch weiter geschrieben und das was ich weiter geschrieben habe wieder ins deutsche übersetzt und dann auf Deutsch weiter geschrieben und versucht gleichzeitig in beiden, also nicht ganz gleichzeitig, ganz gleichzeitig wäre er auf der linken Seite mit der linken und mit der rechten Seite so schreiben, das kann niemand, aber so hin und her geschrieben aber das war ein großes Problem, das war ein Experiment, deshalb ist das kein Problem das war ein großes Problem, weil in dieser Weise habe ich ein Kapitel geschrieben und dann habe ich nochmal durchgelesen natürlich, was auf Deutsch entstanden ist und da stimmte vieles nicht, das war komisch, die Verbindung war komisch dann auch, da habe ich das korrigiert und dann in der japanischen Version auch korrigiert und dann japanisch wieder durchgelesen und das war ganz komisch aus japanisch dann musste ich wieder alles ändern und das geändert hat, in der deutschen Version wieder geändert aber dann war es wieder falsch auf Deutsch und das waren wie zwei Tiere, die nicht gleich werden wollten das war wie eine Katze und Hund und der Hund wollte nicht Katze werden und die Katze wollte auch nicht Hund werden 私が小学校に行ってた頃は、日本語の上手な文章というのは短い文章であるっていう風に授業で習ったんですね いつもはぎれがいい文章で、一つの文章の中には一つのことしか書いてない 文章にしたことが書いてない、短い文章がいい文章だという風に言われてて Ich habe auch sehr kurz in der politischen Lange lesen. Ich habe auch am Deutschen nachdenken, teils haben natürlich, lang auch lang, lang, was man kann. Aber wenn man lang lange lachen, das ist, etwas anstrände von dem, wenn man alles anstrände, einen differenten Fall, wenn manв도 nicht genauer, wie man denkt, dass man nicht stüttert, aber wo diese Lange ist, wo es in der Hand, wo es schütte wurde, wo es da eine Lange ist, Fertig jetzt alles, erst wenn die Eindever-Leiter der Tache und noch die Eindever-Leiterung er착bar. Also dachte ich dachte, dass man eigentlich auch das 日本-Leiter-Leiter dazu in dieayserung nicht mehrIL. Das heißt, ich finde das Interesse, dass man dass die Eindever-Leiteren sprechen kann. Ich finde das ein gutes Leben, dass ich das Puhren nicht brache, auch das LTSCHN-Leiteren habe, oder das ist das besser, in der Übersetzung von Japan. mit diesen britischen Ukpranzen, um die gute Sprache zu machen. Es gibt einen Sprecher von der Sprecher der Universität von Jahren, überwiegend Bedenken, europäisch in Japan. Der Jahre als der Töter Reichspunkerte, von St. Köln oder der Genschen-Modagと war hier ehrlich auch nicht, was dieser konsumiere sehr fertig war. Das ist휘, wenn man 얼마 mehr auf Deutschland Und ich habe dann, dass ich heute hier in Deutschland bin, dass ich heute sehr viele 일본-Groß-Groß-Groß-Groß-Groß-Groß-Groß-Groß-Groß. Ich wollte das erste Mal mit einem Buch zu einem Buch aus. Das war das mein Ziel. Das ist aber auch nicht möglich. Aber ich wollte natürlich auch sehr lange ein Buch aus dem Buch zu schreiben. Das war ich dann in der Zeit. Als ich in der Hamburghalle habe, was ich nicht in der Internet war, weil ich habe einen Schweren von Duitzischen Büchern auf dem Buchstaben. Ich habe auch nicht mehr Zeit, und ich habe auch nicht mehr Zeit, und ich habe einen Schweren von mir in Japan. Ich habe die Schweren von Duitzischen Büchern von Hamburgs und der Büchern von Duitzischen Büchern. Der ist damals bei Hamburghalle in Klaus-Antonien, der Klaus-Antonien ist. und ich habe mich schon in Foto über 50 páginen, so viele von den Elfensthungen von Dysel und Tysel. Ich habe das alles in der Zeit, aber ich habe das alles in meinem Gehirn. Ich habe es auch immer, also bei Kutus, und bei Kutus-Lens-Liebos, von Kutus-Lebos-Lebos-Lebos-Lebos-Lebos-Lebos, aber es gibt auch viele Kutus-Lebos-Lebos-Lebos-Lebos. Das ist eine Entwicklung von Obiblen. Man und Oman und Obiblen können, äh die wir für eine fledgresoen. Doch wenn das Ihr Schein ist, ohne Obiblen, sind es sich für Juan hat, ohne Obiblen. Es ist ja 70% der Obiblen der Obiblen der ist gewesen. Bei der Welt der Menschen sind die Gott, und man kann sich die Menschen, weil man Menschen sagt, oder wirdisb endurelt. Das bedeutet, dass es nicht nur in Konstell, dass es wirklich nicht generell, dass man im Hintergrund der Obiblener nicht nur mehr überwenden, aber ja auch nicht überwenden, sondern auch wie man es im Hintergrund war. Das war sehr interessant, und ich habe mich auch sehr erwartmet, so man hat es so viel auf die Ahnung, und auf das Übelingst du monde. Weil ich konnte es nämlich über eine Art von Sehen. Der Kennetler-Schuchster ist ein wilder Kleist-Kchuch-Kchuch-Kchuch. Er hat einen Hirsch-Kchuchse und ein paar Tage lang in den anderen Socialen. Er hat sich von einer bestimmten Kleist-Kchuch hineingebracht, zu einem Sehen zu Menschen, hier zu einer kleinen Kleist-Kchuch-Kchuch. Das sind die Vorderen, der youse Sundkart fá ihm zu verschenken. Der zweite, der zene ist vom Dänac der und seinem Toshka. Das ist eine Morphengen von Toska. Diese Untertitung hat an den Musik, auf das nicht einmal der Dänac von Toska und den Toska befestigt wurde. Der zene ist vom Dänac von Toska. Das war die Menschen, die Menschen mit einem Kissen zu sehen, dass sie sehr viele Menschen sind. Die Kuma ist 3 Meter weit entfernt, und sie sind sehr klein, 1 Meter 60 cm. der zwei von ihnen, und dann die Kissen haben und dann die Kissen gesehen. Das ist einer sehr nahe bin, die einen großen Kissen von Amerika oder der Japaner und die Denki in der Hand zu schreiben. Die drei dritte ist, das ist natürlich jederzeit, das ist sehr gut, dass der Knut, aus dem Schloss. Diese Läden sind in Berlin, als ich dort verschiedene Dinge erlebte. Ich habe sehr viel Sprechbedürfchosern, dass die Schloss-A-Berchen-A-Berchen-A-Berchen-A-Berchen-A-Berchen-A-Belchen-A-Bchen-A-Bchen-A-Bchen-A-Bchen-A-Bchen-A-Bchen-A-Bchen-A-Bchen-A-Bchen. Das war ein paar Dinge im Hintergrund. Und zwar, wie sie das Knewt für Knewt im Leben nicht mehr oder sie uns zu beobachten. Knewt, Knewt ist die Knewt für Knewt für Knewt, den Tosca. Das ist eine Verwaltende Gesellschaft, die wir uns in der Tat auf dem ZDF-Bahn. Und zwar Knewt ist die Knewt für Knewt, die mit der göttlichen Anleitungen von Knewt haben. Es gibt auch einen Gesang, äh, äh, das ist die Welt der Önstein- und so angeht. Und wir haben heute die wichtigsten, die Menschen, die Menschen in Menschen, die sich um die Schmerz des Schmerz des Schmerz des Schmerzes und der Schmerz des Schmerzes. Wir haben etwas zu kommen. Wir interessieren nicht über die Grenzen. Und die Polar-Bereich verletzten sich zwischen Kanada, der Sowjetunion und Dänemark und Greenland und sogar in der Zeit der Cold War. Die Grenzen waren sehr stark zwischen West-Europa und West-Europa. Aber die Polar-Bereich waren immer ein Traveller. Das hat mich beeinflusst. Und auch für die Polar-Bereich, die Winter ist wichtiger als Sommer. Oder in der Winter, sie leben, aber vielleicht nicht sehr tief. Das bedeutet, dass sie vielleicht meditieren. Das ist meine Meinung. Und für mich der Winter ist sehr wichtig. Das ist warum ich in Nord-Europa live. Der Winter macht die Literatur. Eine Art von Literatur. Natürlich gibt es eine wunderbare Italienische Literatur, aber ich liebe die Nord-Europäische Literatur. Ich denke, dass die Menschen lange Zeit in der Winter haben. Die Winter ist eine lange Zeit in einer Unitschaft. Und du hast nicht viel Kontakt mit anderen. Du bist in der Isolated-Sleeping-Zeit. Oder half-sleeping-Zeit. Und du denkst über einen Thema sehr tief, sehr lange, allein. Das ist das, was ich wirklich mag. Und Polar-Bears, auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.